Hallöchen meine lieben Pokémon Trainer, willkommen zurück zu Pokémon Schwarz in der Nuzlocke Challenge. So, heute ist der Tag der Abrechnung. Wie ihr seht, Paul hat sich natürlich zu Niniask entwickelt. Ich habe einen Niniaturm auf die Box gepackt, weil ich werde bestimmt keinen Niniaturm in der Challenge benutzen. Es ist ein absolutes Notfall, Pokémon. So, hier. Hat aber auch gleich ordentlich gelernt. Zornklinger hat es gelernt, Doppelteam, Kreideschrei, Blauflammen konnte es vorher schon. Meine Taktik gegen Aloe wird sein, gegen das Terribug erst mal Doppelteam zu spammen, um es dann mit Blauflammen rauszunehmen. Anschließend versuche ich dann, wenn danach das Ding kommt, sollten wir schon Maximum auf Fluchtwert haben, sodass wir dann mit Kreideschrei seine Verteidigung senken können, um den Rest mit so einer Zornklinge zu machen. Zur Not müssen wir uns halt einfach auch auf, ja, auf unser übermächtiges Winnie, 48 Spezialeingriffe, vielleicht für 20, Alter. Auf uns Winnie zu irgendwie verlassen. Müssen wir mal schauen. Ja, das sollte, also ich hoffe nicht, dass wir Mona einsetzen müssen. Mona sollte in diesem Kampf überhaupt nichts tun. Nun, wir haben zwei Supertränke zur Not zur Heilung. Ich habe Paul sogar die Maronbeere gegeben, für den Fall, dass wenn, guck mal, da reinkommt, guck mal, da, ähm, Paul der noch mit der Nose trifft. Dann haben wir einen freien Zug. So, hi. Oh, sieh wieder, ey. Ich will nicht. Wenn man mir denkt, dass ich hier heute zum zweiten Mal an diesem Punkt bin. Ich wollte eigentlich heute sehr viele Folgen aufnehmen und zumindest schon bis nach Pamela kommen. Das hat klasse geklappt, ehrlich gesagt. Natürlich kommt hier der Bedroher. Wie gesagt, das ist, äh, das ist bescheiden, aber was wollen wir machen? Erstmal Doppelteam. Durch Temposchub kommen wir auch noch ziemlich immer hoch auf, also, ne? Ja, jetzt ist, Silberblick ist natürlich auch ein bisschen unschön. Wie gesagt, ich versuche jetzt sechsmal Dings zu machen. So, dass er seinen Alltag bei uns nicht bis gar nicht mehr treffe. Und dann kommt der Body-Tree wahrscheinlich. Boah, Alter, das ist übrigens übertrieben. Das ist so massiv übertrieben. Ja, das war... Könntest du einmal daneben treffen? Das Problem ist, ich muss jetzt mit Dings arbeiten. Ich werde mal jetzt schon mal den letzten Trag benutzen. Oh, die sind hingegangen. Weil das Positive ist, Paul ist mit dem Temposchub wesentlich jetzt höher als Kugmader. Dank seines, ähm, wer ist denn der Karm noch? Oh, wie hieß denn nochmal hier seine, 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 seine Genauigkeit Dings? Trifft Blauflamm auch fast so gut wie immer. Das heißt, im besten Fall können wir gleich bei Kugmader ordentlich... Das hättest du für Kugmader aufnehmen sollen. Kugmader so ordentlich brennt, zum Burnen bringen auch. Damit der Knirscher allein auch schon fast keinen Schaden mehr macht. Komm, Kugmader, sei so dumm und nütz Hypnose. Bitte mal Schaden, bitte mal Schaden. Ha! Ha! Komm, komm, komm. Verbrenne, burn. Burn, 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 burn. Komm schon. Damn it. Oh, das ist schön, er trifft mit nix. Komm schon. Ja! Ja! Wir haben's geschafft. Holy fucking crap. Boah. Ich hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab daran gezweifelt, dass wir es wieder schaffen. Deswegen, äh... Hab ich den Ordentlich vorbereitet. Boah, Alter, wir haben's geschafft. Wir haben die Alte, wir sind... Das ist so schön. Boah, hier, da. Seht ihn euch an, da ist er, der Grundorden. Oh, mein Gott, das ist ein Alter. Faszinierend, unbeschreiblich, was deine Pokémon im Kampf alle seinen Fahrer auffahren. Du bist ein wirklicher Träger, dein Grundorden hast dir auch wirklich wirklich verdient. Ja. Paul, das hast du wunderbar gemacht. Bei guck mal, da hatten wir aber auch Glück gehabt, dass jede Attacke daneben gegangen ist. Bis zu zwei Orden folgen sämtliche Pokémon, bis zu 30 deine Befehle. Ach ja, ich habe hier noch eine technische Maschine. Oh, Flammenblitz. Alles klar. Schatz. Schatz, zwölf, was ist auf 25 Mal passiert? Die Kinder sind auf dem Platz, wenn sie so wollten. Den Draco schädlich stehen. Was? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Weil du kommst am besten auch wieder mit. Okay. Wurden hier Sachen geklaut. Gut, dann helfen wir denen mal. Hey, jeder, jetzt lass doch mal den umsinnen. Sieh an, sieh an, die Arin, ja, das ist nicht persönlich. Wir, Team Blasma, werden den Pokémon schon bald ihm frei schenken. Und dazu werden wir den Draco-Schädel aus dem Museum ernst nehmen. Um euch zu zeigen, wie ernst es ist, dann meint, schreibt ihn euch direkt vor der Nase. Nun dann, auch Wölke. De qua. Was so gut. Wir müssen wir verfolgen. Sagt der, er bleibt da stehen. Danke, Armini, na, wie sieht es aus? In der Zeit, irgendwelche Rohrfangen fossilen in die Finger bekommen? Was machst du denn hier? Steckst du schon wieder mal in eine Schaffenskrise? Darf ich vorstellen, Adam? Der Knabe hört auf den Namen Arti. Man sieht uns vielleicht nicht an, aber er ist Aralena von Stratos City. Ja, du, welch laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Du wirkst irgendwie so aufgewühlt. Gibt es irgendeinen Grund dafür? Und ob es den gibt? Eins unserer Ausstellungsstattung wurde gestohlen. Sag mir, Adam, was ist das für ein Massenauflauf? Gibt es da hier irgendwelche Probleme, Adam? Wer haben wir denn da? Kennst du diese Charaka? Das ist deine Freunde von dir? Deine Scheren heißen sie also. Ach, die beiden sind also Trainer. Dein Teil muss am besten auf. Ich will mich in dieser Richtung umsehen. Und jetzt zu euch beiden. Euch würde ich darum bitten, hier im Museum zu bleiben, Sharon Bell. Arti und Adam, ihr durchkämmt bitte zusammen in den Ergigenwald. Alles klar? Arti, ich zähle auf dich. Geh du gut voran. So weit, so gut. Ich zähle auf euch. Gut, gut. Adam lautete deinen Namen. Es ging es dann darum, wir uns mal auf den Suchen. Der Rosenwald und ein paar Diebe darauf waren, uns gefasst zu werden. Halt, Adam! Hier, nimm das bitte mit. Wir sind Artem und Artem Aura da. Wieso grüßt du den von Vivian? Wie sollen wir den nicht bekommen? Ich darf jetzt items ran, da kannst du items finden. Wenn bloß ein Aura ist nicht übers... Ne, wir sehen Völbe. Ihr wollt also, dass ich das Museum berechnen. Richtig? Ja. Ich bleibe auch hier. Und wir dürfen uns gleich im Ewigwald haben. Ewigwald ist ja schon die Tage gewesen, wo wir eben waren, ne? Dann kaufe ich mir mal Schutz. Ewigwald haben wir ja schon ein Dings. Da sollten wir eigentlich ein Somnia empfangen, was ich besiegt habe. Weil ich dachte mir so, ne, ne, schon wieder ein Psycho-Pokémon. War im Nachhinein vielleicht nicht so schlau, weil das hätten wir dann unsere Reserve vielleicht noch drin da. Ey, egal. Überverschüttete Milch soll man ja nicht jammern, ne? So, ich werde mir da erst mal ein paar Schütze kaufen hier. Und zwar ganze 20 Stück. Einfach weil ich es kann und einfach weil ich keinen Bock habe, ein ganzes Pokémon zu treffen. Das ist fünfte Generation. Hier kommen alle zwei Schütze ein Pokémon. So, Paul. Ich kann ihn mal nicht vorne lassen, ne? Ja, komm, ich lasse mich ja faul. Ich lasse dich faul, genau. Ich lasse dich vorne. So. Warum ist denn das eigentlich schon der Ewing-Wald, weißt du? Es gibt zwei Wege, in den Ewing-Wald zu fassen. Eine führt sie ja los, der andere schwingt sich fertig zu ziehen. Ich gehe geradeaus und versuche sie einzuholen. Und selbst wenn sie nicht den Weg genommen haben sollte, schneide ich ihn bis zum Schluss wieder ab. Würdest du den Ewingen lassen, ob sie da verstecken? Du triffst sicher auf einige Trainer und da gibt es nur einen Weg. Freu auf nackst du jetzt nicht. Und dann tun wir das für alle hin. Ich meinte aber auch erst mal geradeaus, weil hier sind Trainer. Ehe zum Beispiel. Ah, wir haben ein paar normale Trainer. Wir haben wieder im Aloe tatsächlich geschafft, Alter. Ich bin so glücklich. Antal. Mein Name, Antal. Los geht's, Paul. Unser Held. Der nicht ein Level gemacht hat, durch Terribug und durch Marder. Mh, süß. Nnennennennen. Nochmal. Und ciao. Zornfinger wird ja mal hier nebenan gestärker. Hi. Normale Trainerkrämpfe. Ich kann schon gar nicht mehr reden. So fettig bin ich für den ganzen Stress. Ich bin mit dem Kampf da eben. Ich glaube, gegen Flecknall möchte ich mit Paul nicht drinnen bleiben. Ich lasse es nur mit Corona. Ich habe, ich würde irgendwie einen Flammenblitz irgendwo beibringen, weil... Rückstoßschaden. Autsch und so. Ich mache erst mal zu, Trainer. Wir senken die Star-Verteidigung. Dann können wir mit Lehmbrühe gleich ordentlich zu auflegen. Hup. Pfff. 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 Pau Level 21. Ja, süß ist so. Hat er doch drin gereicht. Und noch eins. Pfff. 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 Nein, das ist ein Windstoß, weil der nicht funktioniert. Guck mal hier. Ciao. Dann packen wir mal Paul nach hinten. Ich gebe mal... Unser Moner eigentlich ein super Tag. Sicher ist sicher. Kämpfst du? Nein. Aber du kämpfst. Nein, du kämpfst. Aber du kämpfst, genau. Ich denke, mit Vinny und seinem Zuschauer sollten wir eigentlich alles ohne Effekt ballern können. Stellt euch mal vor, ich kriege noch so was ich Donnerblitz und hast nicht gesehen. Und Vinny kann das alles lernen. Dann ist das hier aber ein Kack am Dampfen. Bei dem Spitzeilangriff... Nein. In der Augen behalte ich jetzt auch erstmal... Das ist der Kaffee. Ja... Du sagst, ist das okay? Ja... Die Kaffee. Nein. Die Kaffee. Du schussst, okay? Komm ich hier langspielen? Ja, ne. Oh, ein Moment, ich muss noch mal ganz kurz Stopp machen. So, es tut mir leid, ich musste kurz ans Handy gehen, das ist wichtig gewesen. Na gut, er lässt uns nicht vorbei, dann gehen wir zurück. Er hätte auch die Folge beenden können im Grunde, aber es ging ganz schnell, dass ich ans Handy ging, deswegen lassen wir das jetzt mal so. Verkloppen jetzt mal hier die beiden Kinder. Pokémon 1 ist eines der wenigen Spiele, wo du Kinder verkloppen kannst. Du verklopst ja nicht die Kinder, aber ich weiß nicht, was ich meine. Vinyomora, go! Viny setzt Psy-Strahl ein und du setzt Blauflamm ein. Puff. Stimmt, Matri vor, ne. Da könnte Blauflamm auch ziemlich gut laufen wegen. So. Aua. Muss ich dazu was sagen? Oh nein. Hehehehe. Und dann ist es doch, man ey, ist das euer Ernst? Warum muss hier ein Käfer bis Volltreffer kommen? Erklären wir das mal. Oh, weißt du? Weißt du? Gegen Aloe nichts verloren. Weißt du, wo ich davon ausging, dass wir Paul verlieren. Kommt hier ein dämliches Strahl wickelt. Dann killt unser Pokémon mit seinem Kack... Ach, was ist das doch... Oh, es kotzt einen an. Sorry, wenn ich das sage. So, wir wieder auf zwei Pokémon runter. Why not? Soweit ich weiß, können wir auch in Stratos City auch noch eins fangen. Weil... Da gibt es glaube ich das... Oder war das im nächsten Gang? Ich glaube, das war im Pokémon Schwarz 2, glaube ich. Das mit der Kanalisation dort. Ich glaube, ja. Och, Mann. Alter, ernsthaft? Warum auch nicht dazu mal eine Ruhe, eine Folge nach der nächsten aufzunehmen? Nein. Entweder muss ich trainieren oder... Ich muss irgendwie den Rahmen wieder melden. Das war, weil ich mich immer beschwert habe, dass wir ein reines Psycho-Team haben. Sei doch ehrlich. Ja. Jetzt haben wir unsere übermächtige Winnie. Und unseren MVP aus dem letzten Arena-Kampf Paul. Es ist... Ich muss an jemanden meine Aggressionen abbrechen. Und da habe ich gerade ein... Please, mal... Team Plasma-Tüten gesehen. An dem muss ich meine Aggressionen rauslassen. Du! Erfahm. Schnauze. Du wirst jetzt platt gemacht. War nur hier. Oh ja, du die Winnie vorne. Ja. Vor allem Monat auch die Lehnflügel. Paul übernimmt das mal. Das war ich mit Winnie schlecht machen. Aber ohne Brunen attacken oder so. So ein Klingel. Das war dann vollkommen. Ich traue das. Das war vollkommen nicht. Na ja. Das war... Ich trotz sehr vollkommen nicht. Ja. Aber das ist gar nicht so. Es sind ja vollkommen nicht. Ja Leute, ich würde mal sagen, dann war echt die Folge Freude. Beim nächsten Mal schlagen wir uns durch den ewigen Wald. Ihr Schmeißen der Ausflug, denkt daran zu abonnieren und mit viel Glück wird die nächste Folge nicht die letzte sein. Also bis dahin, tschwio. Untertitelung des ZDF, 2020